Ja, durch einen glücklichen Zufall haben wir uns kennengelernt und jetzt ist das Musikvideo zum Unterwasserkrieg da durch entstanden. Genau, wir waren einfach bei so einem Projekt für so Künstler und Künstlerinnen und dann haben wir so darüber geredet und sie so, ja, ich mach Musik, ich sag ja, was denn? Und dann hab ich es mir einfach mal angehört und Unterwasserkrieg fand ich halt direkt richtig nice und ich hab das so abends gehört, im Bett weiß ich noch. Und dann hatte ich direkt so richtig Gänsehaut und der Text hat mich richtig gecatcht und dann ist irgendwie dazu gekommen, dass wir so, ja, so eine Collab machen wollten und ich dann so eine Musikvideo-Idee hatte und dann haben wir das direkt dort umgesetzt. Weil, ich weiß nicht, Musik mit der richtigen Grafik dazu, die hoffe ich einfach mal. Und deswegen, da bin ich super, super froh, Riesa. Das kann man gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, welche Bedeutung hat das Lied für euch beide und wie habt ihr versucht, das so visuell rüberzubringen? Genau, ja, ich hab den Text ja so als One-Take geschrieben, als einen Satz und es geht eben einfach um Beziehungen und darum, dass es gut ist, manche Beziehungen nicht zu fühlen, weil man stärker ohne sie ist. Weil wir ganz oft gesagt bekommen, dass man halt gemeinsam stark ist, was ich auch unterstütze. Weil, das sieht man auch im Projekt, also dieses Projekt hätte ich alleine gar nicht so geil machen können. Aber es muss für den richtigen Leuten sein, weil, genau, alleine bin ich stärker als bei dir, heißt ja nicht, dass ich generell alleine stärker bin, sondern alleine bin ich stärker als mit manchen Personen. Und das ist eben so, voll oft, hab ich das Gefühl, noch nicht angekommen, dass man einfach, dass es sich nicht lohnt, überall zu bleiben. Und deswegen, für mich ist es so ein wichtiger Take gegen toxic Relationships, die einfach so oft romantisiert werden, überall. Allein dieses Wort, so, bei dir werde ich schwach, wird ja ganz oft in romantischen Kontexten als etwas Positives genutzt. Aber, like, I don't want to be with you, so, wenn ich bei dir schwach werde, so, was soll das, was soll das werden? Wenn ich bei jemandem schwach werde, so, will ich eigentlich nicht in der Nähe dieser Person bleiben. Wenn, so, jede Beziehung, egal, welche Art, sollte, sollte einen stärken. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Für mich ist der Text auch auf jeden Fall so, dieser Kontrast von dir oder von der einen Person, die sozusagen das Fliegen gelernt hat und die andere Person, die in den Tiefen des Wassers so untergeht. Und das halt so, ich finde, das zeigt das Ganze eigentlich sehr gut bildlich, dass du halt so sehr stark bist und sehr unabhängig und so frei einfach und die Person dich so runterziehen würde, wenn ihr zusammen wärt. Und das ist einfach so dieses, dass du alleine halt stärker bist und dass du alleine frei bist und voll gut klarkommst so. Und deswegen habe ich halt auch dieses Video so mir vorgestellt, dass du halt erstmal, dass du hauptsächlich alleine dort zu sehen bist, weil du halt einfach so zeigst, so, hey, das bin ich. Und du bist so schön und du bist halt komplett unabhängig sozusagen und du bist einfach alleine in dem Video und das ist voll die starke Ausstrahlung, die du schon dort hast. Aber auch durch Ludi ist das halt nochmal so ein bisschen so, auch in dem Moment, wo du auf dem Boden wirst, kommt nochmal eine Person, jemand, der dich irgendwie stärkt. Und das ist dann halt genau das Gegenteil von der Person, über die du einen Text sprichst, weil Ludi halt dir da sozusagen die Kraft gibt, wieder aufzustellen und das ist dann irgendwie so ein Kontrast. Ja, was ich immer sehr interessant finde, ist, wie entsteht so dieses finale Projekt, wie habt ihr aus dem Nichts oder aus dem Lied, was da war, das gemacht? Also die erste Idee war eigentlich nur, dass wir ein One-Take-Video machen wollen und wir hatten halt diesen großen Raum zur Verfügung, der halt komplett viele große Fenster hat und wo halt keine Möbel drinstehen. Und dann war mein erstes Bild, so was ich im Kopf hatte, dass du irgendwie auf dem Boden sitzt, einfach so mit der Beleuchtung, also diese lila-blaue Beleuchtung war schon so relativ am Anfang klar. Aber dann, der Ablauf des Videos ist ja eigentlich erst an dem Abend so richtig entstanden, oder? Weil wir haben verschiedene Sachen ausprobiert und dann geschaut, was cool aussah und das dann irgendwie so verbunden. Ja, das ist eben so eine Symbiose gewesen, also dir, Ludi, der Tänzerin, die man im Video sieht und mir und wir hatten eben einfach diese Anfangsidee und dann haben wir einfach ganz viel ausprobiert. Ich glaube, wir haben insgesamt zwei Stunden gedreht. Ja. Aber ich glaube, wir haben genau zwei Stunden gedreht, das ist trotzdem nicht lange für ein Video. Also, ihr habt angesprochen, dass es als One-Take geplant war. Wie viele Takes habt ihr insgesamt aufgenommen? Neun. Ja, neun, oder? Ja, wir haben insgesamt neun Takes. Die haben wir uns alle angeschaut. Genau, die haben wir uns alle angeguckt. Und ja, wir können noch kurz drüber reden, warum unser One-Shot kein One-Shot mehr ist. Stimmt. Unser One-Shot ist jetzt ein Two-Shot-Video geworden. Ja, also die Idee war halt, diesen One-Take zu machen. Und wir haben halt wirklich neunmal das ganze Lied durchgehört und dabei gefilmt. Und es gab, wir haben uns das alles angeschaut und es gab immer irgendwelche Stellen, die wir halt richtig geil fanden. Wo wir immer so, boah, das müssen wir nehmen. Und dann immer so ein paar Sachen, die uns so gestört haben, wie zum Beispiel, dass man meinen Fuß so sieht. Oder, dass man irgendeinen Schatten sieht. Oder sich das Fenster nicht schließt. Oder sich das Fenster nicht schließen lässt. Oder dass manchmal irgendwie, ja, keine Ahnung, im Hintergrund irgendwas richtig hässliches liegt. Ja. Dann haben wir uns entschieden, zwei Cuts zu machen. Ja, wir haben jetzt zwei Cuts. Okay, ja. Also es sind aber nur zwei Videos. Also wir haben... Genau. Also wir haben nur zwei Elemente genommen. Ja. Also ich nenne es in einem Video ein anderes. Also ein Two-Shot. Genau. Two-Shot-Video. Two-Shot-Video. Und die Szenen daraus sind halt auch echt die besten so gewesen. Und deswegen, glaube ich, ist das okay. Ja, das ist nice. Das Video ist echt cool geworden. Das haben wir sehr gut gemacht. Ja. Hast du uns interviewt? Ja, auch von der Sagen. Wir haben für eine Sache noch gar nicht geredet. Wir haben aber die Bilder noch gar nicht geredet, die im Hintergrund sind. Ja, was hattest du mit den aufregenden Bildern auf sich? Ja, die haben wir gemalt. Mit dem Thema Unterwasserkrieg. Sie sind... ähm... expressionistisch geworden. Sie zeigen... äh... unsere inneren Vorstellungswelten. Danny, du bist doch hier. Du studierst doch Kunstgeschichte. Interpretierst du mal für uns. Ich bin mir vor Ort, diese Bilder zu interpretieren. Das ist zu viel. Ihr kriegt jetzt alle die Aufgabe, die Bilder zu interpretieren. Schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, was das bedeutet. Daher ist zu viel. Dann macht sich die Kommentare, was das bitte mit dem Bildern. Sie ist gut. Ich bin mir vor, das ist... Untertitelung des ZDF, 2020